Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Festival-Vlog-Video. Ich glaube, Vlog wird es weniger, weil ich sehr sprechfaul bin. Wir fahren jetzt auf jeden Fall. Das ist aber eng hier. Posthalle, Richtung Posthalle. Da ist Metal Assault X. 2020 Metal Assault X. Wir parken wieder bei Mr. Bird. Vielen herzlichen Dank, Ihr Herz. Ja, dann schauen wir mal, was er abends so bringt. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da auch dahin kommen würde, aber ich habe Angst, das zu riskieren. Nicht, dass ich dann durch fünf Kilometer in die Pampas laufe und da ist da nichts. Wir gehen jetzt da so und dann so. Ah, da wären ja auch Parkplätze gewesen. Ach, um die Laufzeit einfach ein bisschen aufzufüllen. Die Kamera ist auch neulich runtergefallen, deswegen ist jetzt jede Minute, die nicht noch funktioniert, ist wirklich ein großer Pluspunkt. Ich muss sie dann auch mal wegschicken, aber es sind jetzt wieder ständig Konzerte. Auf jeden Fall. Da, wo ich hätte jetzt parken wollen, sollen, wo mir ein Parkplatz versprochen wurde, von Mr. Bird. Mr. Bird und ich, wir haben auch, sagen wir uns schon alle, wir haben einen Podcast aufgenommen, haben jetzt schon zwei Folgen. Und der ist wirklich, also ganz unvoreingenommen, muss ich sagen. Der ist wirklich sehr gut. Und wenn ihr, wenn ihr jetzt dann später Zeit habt, könnt ihr da mal reinhören, der ist unter Andreas und Umberto zu finden. Andreasundumberto.de oder bei Spotify oder iTunes oder TuneIn oder im Internet überall. Aber wir hören dann bei Spotify. Der Strafe Radler, den kennen wir auch. Das ist der Ronny. Der Ronny von, äh, halt, Twalin singt er jetzt bei. Twalin singt er. Ach, wie fett. Der geht da auch hin. Sammeln? Die Frau, die... Die Beides beherrscht. Danke, danke. Auch hier rein. Ihr Sport, ihr Lieben. Alles voll cool, Leute. Zwischen Spaß noch. Tschau. Ciao. Ich bin dann froh. Moin. Better. Vielleicht war ich jetzt so... Ach, Servus. Na du. Beziehst du dieser am... Würzburg-Typ da? Ja, ja, ja. Hell. Ja, 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 ja. Ja? Weiter. Kau! Ja! 'vei know we are Nah ma ma . Re that a a d a a l e e Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020